Hallo und Willkommen zurück. Nein, 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 nein. Mal ganz kurz gucken, ja, wir müssen nach hier. Wir müssen hier runter. Da wartet irgendwas auf uns. Ich kann mich wieder hoch. Vielleicht müssen wir irgendwelche Habsächlichkeiten finden. Was haben wir jetzt hier? Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Man wird es doch nicht wundern, wenn jetzt irgendwer hier reingreift. So, was haben wir denn hier? Ein Teil der Karte gefunden. Ein Edels Leichnam auf einer Region und ein Kreuz gebildet. Nö. Okay. Ähm. Wurten. Wurde, Wurde. Mhm. Manifestation. Ich habe das falsch gemacht. Sie sind wirklich ein Schmerz. Jetzt, was Sie wollen? Ich weiß Sie. Ich weiß Sie, Frau Keane. Ich weiß Sie. Ich weiß Sie. Ich bin Ante Eduarte. Wenn du Edith Keane bist, dein Bruder Daniel worries für dich. Ich bin Miss Edith Keane. Und mein Bruder kann trope auf, als kann du. Was ist dein Problem mit deinem Bruder? Er ist ein Schmerz. Er hat mich zu sterben. Er hat mich zu sterben. Und ich möchte ihn für ihn verletzten. Wir kommen zu das. Erstens, ein paar Fragen. Warum ist Daniel zu verletzen für deine Todes? Ich bin ein Schmerz. Du wirst ihn nicht wissen. Du wirst ihn nicht wissen. Du wirst nichts. Du wirst nichts. Du warst in eine Wälder. Daniel threw keine Thunderbolts. Ich war in den Wald, weil Daniel ein Schmerz. Ein Schmerz. Der kann nicht aufzumachen. Nicht sogar von seiner eigenen Schmerz. Er hat dich verletzt. Er hat alle verletzten. Er ist ein Schmerz. 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 Er hätte ergebracht. Er hätte erhört das Schmerz und gehen. Ok. Ich glaube nicht so ganz. Warum hast du mit nur halb einer Schmerz? Ich habe eine Erinnerung. Ich habe die ganze Schmerz gesehen und erinnere mich. Ich wusste den Weg. Er dachte, er war besser. Besser als ich? Ha! Der Schmerz. Aber der Schmerz lebt. Während ich tot. Wie ist das fair? Seine Schmerz hat mich verletzt. Er wird nicht davon profitieren. Sie ist mich verletzt. Sie sind beide. Ok. Guten Tag, Frau Keane. Mein Bruder muss verletzt werden. Ich bin tot wegen ihm. Ich glaube noch nicht so ganz. Wo ist sonst noch hier irgendwas? Okay. Weg aus der Schlucht suchen. Das ist ja kein Problem. Okay. Ah ne Wurzel. Über die nicht schon mal. Ich nehme das Herz. Du nehme das Herz. Moment. Da, 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 da. Also wir haben. Da sind zwei. Also wird hier unten noch irgendwo eine sein. Oder? Da ist noch eine. Ja. Wie erreiche ich das Ding? Vielleicht nur hier rüber. Hier kriege ich... zwei. Machen wir anders. Okay, was gibt's, was gibt's hier? Wir müssen jetzt mit dem Bruder reden, ja. Dann würde ich doch lieber... dem Camp gehen. Aber den Weg hier frei. Der Camp ist einfacher. Oder? Der Weg ist einfacher. Ah, liegt noch was. Gib, 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 gib. Jawohl. Oh, so ein dicker. Geh weg. Na, bist du in der Kugel? Nee. Oh. Okay. Okay. Nachfolge. Begült sich. Wir haben ihn Angst. Ich kann es helfen. Um... Das wird dich nicht tun! Okay. Wege suchen, Wege finden. Sollten wir ja hier wieder hochkommen, ne? In der Ecke ja, sollten wir ja soweit fertig sein, ne? Boah, in der Ecke sind wir fertig. Was geht denn noch? Hier ist noch ein bisschen was. Hier sind noch zwar ein paar Fragezeichen und hier. Hier müssen wir ja sowieso wieder hin. Ja, hier immer noch was, aber da fehlt mir ein Navigator und ich habe keine Ahnung, ich kriege einen Schlüssel, fehlt mir. Okay. Na? Komm schon. Komm schon. Da lang. Den Brief hatten wir schon. Ah, hatten wir schon den Brief. Können wir noch irgendwas machen? Also schnell reisen. Da hin. Ja. Daniel, was hast du zu sagen? Ja. Was sind wir recibir? Wenn dich guckst aufst... Rimm-Wand ich nicht! Ouirst Du marschst? I found her. I found your sister. Has she... Has she passed? Yes. Oh dear lord. I'm sorry. She's gone. My sister is gone. There's something you should know and you must know it now before more harm is done. Daniel, you're haunted by your sister's ghost. How could it be otherwise? No one bears a grudge like Edith Keane. She blames you for her death. Of course she does. She blamed me for everything. She blamed me for our poverty. She blamed me when the crops failed. She blamed me for the map. The map? Of course. Did you find the map? Aye. There was a map. I'll be keeping it for now. For the best. No doubt. For the best. What happened between you? My sister was complicated, sir. A good Puritan, but no stranger to the sin of envy. Envy isn't usually fatal. Did you have a disagreement? Oh, hi. We've had a few. From when she was a child, Edith dreamed of position. Me? I just wanted good lunch to till and decent food to eat. I'll need to have a look around your house. Hope you don't mind. Do what you please. I've got nothing to hide. You fool. You'll not last long without me. Hmm. Ah, jetzt kommen wir nicht in das Haus rein. Okay, wir fangen erst mal hier an. Es liegt schon wieder viel zum Vorlesen. Denn ich habe deinen Blick verhalten und getan, wie du es wolltest. Das Land des alten Kelligen steht wohl zum Verkauf. Tolle Neuigkeiten für dich, wie ich finde. Dein Sohn will die Farben nicht weiterführen und ist in die Stadt gezogen. Ich habe dich gewarnt, dass Leben in New England nicht gleich werden würde. Aber du musst dir auch aus Sturheit alles zurücklassen. Jedenfalls musst du jetzt nur noch deine Schwester überzeugen, den Wald zurückzukehren. Denn dir ist sicher bewusst, dass du dir das Land des alten Mannes alleine nicht leisten kannst. Ich freue mich, von dir zu hören und deine Entscheidung zu erfahren. Hmm, Freund Joe. Hier ist die Karte. Okay. Das ist der Wald und Juni. du hast sie zufrieden gemacht. Bodenland, Gemüse für kalkhaltigen Boden. Okay, Gemüse für früchten Boden. Sie kamen vorbereitet. Nicht vorbereitet genug, es scheint. Mal hier. Let's see. Cross the bridge, go through the forest, turn east and... Good. I've got everything I need. Caught red-handed! You thief! How dare you steal from your own sister! I... I just wanted to look at it again. Here, take it back. I bloody well will. Hmm. Plan to go hunting for treasure alone? Okay, jetzt muss es ja einen Grund dafür geben. War das schon? Oh, Tune. Ich schreibe euch, weil ich mein Geld für die von euch angefertigten Werkzeuge zurückführe. Gleich beim ersten Einsatz gingen sie kaputt. Ich zweifle nicht an euren Können und mir ist bewusst, dass die Umstände widrig sind, vor allem zur Zeit. Aber auch wir leihen, wenn ihr also nicht wollt, dass alle in der Kolonie von dem kleinen Malheur erfahren, seid ihr so gut. Der stattet mir die Kosten für die Werkzeuge zurück. Jetzt ist es doch ruhig, oder? Ja. Der stattet mir in Rasta. Der stattet mir nicht weiter. Der Camp ist verletzend, wie die resten von New Eden. Wir gehen! Der Risiko ist zu großartig! Wir verletzen die Trezesse und gehen direkt. Hmm, hmm. Es gibt mehr dazu. Noch irgendwas? Ne? Hmm. Hmm. Ich helfe euch. End your mewling, you bag of shite! The Banisher knows that this is all your fault. No, not mine. Your misadventure was your own. All right, that's enough. If you can stop bickering for just a minute, perhaps we can get to the truth. With that, we may even have an ending. I saw your letter, Daniel. You planned to return to Yorkshire? This land is cursed. If I'm to die miserable and poor, at least I can do it at home. Bullshite! You wish to go home and buy a great big farm and be important? A man of standing, no less. You're a liar and a fool. This country could make countless fortunes, including ours. Idiots! Even dead, will you not just bloody well shut up? Edith, you were determined to make the farm prosperous, am I right? A fool's errand! The land is cursed! I knew I'd never be a queen. I'd like us never be a mother. But I would make a garden grow. And in it, I could content grow old. We are the salt of the earth, sir. The saltier's sister has lost its saver. Edith went treasure hunting alone, aye. But only because she knew you, Daniel, would double cross her. She was right. You tried to steal the map, you antiquated rogue. I didn't try to steal the map, you horrible old drudge. I just wanted to look at it. T'was you who sneaked off after the treasure alone. You left me no choice, you meal-mouthed excuse for a man. And now I am dead. Oh, right. That's enough. I've had enough of these two. Let's get it over with. Edith, you went after the treasure alone. You had a wee accident. You can't hang out on Daniel here. That's right. Without your scheming, I'd not have braved the woods alone. Without your scheming, I'd yet be alive. You killed me! You killed yourself, you stupid cow! Um die Sache abzuschließen. Alright. We know enough. Let's end this. Ihr seid beide seltsam. Ja, ich werde den Opfern. Auf jeden Fall. Daniel Keane, your greed and manipulation drove your sister to her death. And what's it to you, anyway? Oh, Danny. He's a gonna make you pay. He's a gonna make you pay big. What? No. Not I. You are what is holding Edith to this world. Without you, there is no haunting. Without you, everyone will be safe. No. No. Yeah... No. No! No. 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 No! 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 Oh, Leichen bleiben anscheinend immer liegen. So. Gehen wir jetzt noch da. Wo ist er denn? Ich hoffe, dass es mir angezeigt wird, wann ich Andrea wieder belebt habe. Ich bin echt mal gespannt. Wo bist du? Wo ist er? Was ist von der Wurz? Ist jemand alive? Nein, noch nicht. Dann werde ich dich aufhören. Ich versuche, dass du jemanden ausprobierst. Und ich hoffe, dass du mir helfen könntest. Ich glaube, dass ich viel use. Aber ich werde dir helfen, wenn ich kann. Ich glaube, dass du jemanden ausprobierst, wenn du jemanden ausprobierst, wenn du jemanden ausprobierst. Ich glaube, dass du jemanden ausprobierst. Ich habe es vergessen. Ich habe ihn vergessen. Did Grace ask you for help? Nein. Grace Pennington vanished. No one ever saw her again. Grace Pennington? Was in Captain Saul Pennington? What happened to Grace? I don't know that either. There had been strife with her father. Then she was gone. And the Captain spoke of her no more. Deborah wrote the letter in February 1688. When did Grace disappear? Months later, Pennington accused Deborah of being a witch. In my recollection, that moment overshadows all others. Could Grace have survived alone out here in the woods? Possibly. But could she remain unseen? No. All thought she'd left Neriden. Gone west, perhaps into the wilds. Does the name Seeker mean anything to you? It sounds less a name than a calling. But neither mean anything to me. We done. One more question. Did the schoolteacher keep a cabin in the woods? Deborah spent much time walking the woods. Trying to understand New Eden, she said. Now that you mention it, I remember a snow stone. She spent three days in a hut not far from here. South-east. Across the drawbridge. Along the path towards the mine. Helen, if it's still there. Okay. Then we're going to go ahead and enlarge it. Goodbye to you for now, Kate. Okay. Off geht's. Like Helen, like Grace. Helen? Where's Helen? Aha. And where's Helen? Helen? Noch einiges ungelöst. Wir haben jetzt alles. Es ist noch viel zu tun. Wir fragen erst mal Helen. Erst mal Entwicklung. Können wir noch irgendwas mitnehmen? Wenn der Gegner während der Fusion besiegt wird, während der Fusion... Oh. Das ist stark. Wenn der Gegner mit einer... Oh, nein. Okay. 45 Prozent. Ich würde jetzt mal das hier nehmen. Okay. So, Schnellreise. Fragen wir uns mal Helen. Möchte ich jetzt auch gerne wissen. Jo. Gehen wir da hin. Und sieht die Tür so anders aus. Stimmt. Helen Gipkass. Good day. What can you tell me about a young woman by the name of Grace? It seems you already know some of the story. It was a long time ago, but I'll do my best to fill in the gaps. How was their relationship? I believe it was Stormy, as you'd expect between a commander and his disobedient daughter. I do think he loved her. But as far as anyone ever saw, he never shed a single tear for her. What happened to her? What happened to her? As I heard it told, one day Grace just wasn't there anymore. Later, after he exiled her, did the captain try to find his daughter? Not to my knowledge. He did not set off in search of her, nor did he send men. At the time I thought it strange. Still do. I'll never understand how a man could reject his only daughter. And that, my inquisitive banisher friends, is all I know about the matter. Okay, guys. And we'll be right back in the next episode. Bis then. Ciao.